Wir müssen den Jungier mal netterufen. Ich glaub nicht. Der startet bei Raptoren. Raptoren sind nicht nur ein Job. Hey Robert, bei Nao kann er das fast ein Chroma sein, der Skin. Fast. Bei Nao wäre das schon ein billiges Chroma. Wenigstens ehrlich, oder? Aber ich hab auch alle Ash-Skins gespielt. I got him. Oh ne, die haben das geschnüffelt. Was auch immer das für Wort ist. Du bist ja Shining Bright like a Diamond, was du da bist. Ja, wenn ich meine Zusatz-Range aktiviere. Wir wissen nicht, vielleicht sind wir es eher mit kurzen Webelstrumpen. Aber was ist unsere Angehensweise? Du hast dir uns einmal gelogen. Du wurdest dein eigenes Webelstrumpen. Die sind halt 2 und ich mache Webelstrumpen irgendwo hin. Aber ich bin halt trotzdem da, ne? Ich sehe wie der Webelstrumpen habe, ist außer Dauer-Range. Und er hat halt einen Sprung, Alter. Ich weiß halt auch nicht ganz genau, warum wir reinpushed haben early und dann nicht als erstes Level 2 waren. Ich weiß nicht ganz genau, wie das passiert ist. Ehrlich gesagt kann es mir auch gut tun. Jetzt kommt der Jungler und ich muss da leider hinten bleiben. Mein Gott, ich muss flash oder was? Ich flash einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Arm ist aufbroken. Wenn der jetzt übrigens mich flamed, was ich nicht da war, dann fang ich zum Lachen an. Ich bin ein Butterfly. Ne, ich war das. Probier, das Minion. Fuck. Soll ich back gerne? Oder bin ich Level Null oder wenn ich zurückkomme? Ah. Ich muss mal beachten, dass mein Kurs eigentlich größer ist als ein Minion fast. Ich sag jetzt nicht, das ist Senior oder Altersvorsorge. Oder was ich immer mal so sagen soll dazu. Also auf 12 Uhr auf der 40 und ich habe Hunger. So. Ich habe schon gegessen, also ich nicht. Du hast schon auch mitgegessen. Wieso? Oh mein Gott. Punkt 12. Punkt 12 Uhr ist bei uns mitgegessen. Ne. Ich weiß, was hat der Schmuck gesagt. Oh, der wird geintet. Es tut mir leid. Bei wenigstens schreibt der Lucian Smurfing. Der sagt mir dein Professor nicht, dass der Smurf ist. Nö, könnte aber sein. Der ist unranked. Ich sollte auch mal mit dem Smurf anfangen, mit mehr Erfolg als mit meinem Main-Account. Beim Smurfing. Der Smurf... Der Smurf ist ja auf legit höhere Elo als dein Main-Account, also... Wait a minute. Vielleicht Smurfing gerade jetzt? Warum spielst du überhaupt dein Main-Account? Das ist die gute Frage. Du würdest halt leichter Gold kommen auf deinem Main-Account. Aber ich würde auf beiden den Blitzkrieg-Skin haben eigentlich. Alter. Wir spielen nicht zu einfach das Gold. Das kannst du allein machen. Ah, du kannst mich ganz gerne haben, Alter. Das wollte ich dir aber eigentlich erst mitteilen, wenn ich nicht an Account-Gold bin. Mit meinem Smurf. Das ist ja jetzt mein Smurf eigentlich. Weil ich bin jetzt ein Silver-Buddy in Gold-Bins quasi. Also Smurf jetzt. Eigentlich bin ich immer nur ein Smurf'n. Kannst du bitte aufhören zu pushen? Sorry, Alter. Wir brauchen einen Blitzkrieg-Skin. Genau, wir sind so motiviert. Und nicht in unserem Turret stehen. Ich will es aber zu Ende bringen. Die Illusion ist zu stark für uns. War auch nicht. Sorry, Alter. Wir brauchen einen Blitzkrieg-Skin. Ich will da immer mal einen Wart stellen. Wie hast du gesagt? Nach Jerusalem? Oh, fuck. Damit... Oh, Bluetooth, würde ich sagen. Da... Der Ding ist... Ah, der Darius. Ich hoffe, Darius kriegt keine Kiss. Bist der Darius mitziehen oder was denn der überhaupt? Der ist Jungler. Ah, ist die Ehre. Da bist du übrigens Rotos-Spaß. Als ob ich 1,1 in 2 Sekunden komme. Hä? Warum rennst du denen vorbei? Das ist doch nichts Neues! Ich sehe es, du Snow. Du bist schon drei Mal so gewonshottet worden. Drei Mal? Bin erst zum zweiten Mal gestorben. Du bist schon das zweite Mal genau so gestorben. Wieso wundest du dich immer noch? Ja. Am ersten Mal bin ich nicht so gestorben. Ah... Der Beef. Bobby. Bobby. Ich gebe dir eben nur ein Shutdown. Damit du dann wieder mehr Geld kriegst. Wie weniger Geld wertfände. Ich weiß das. Was steht denn noch nicht in der Relo? Und mein Wart steht, okay? Bobby brauchen die Blaket nichts. Das ist alles okay. Eins. Dann gehen wir, by the way. Nein, 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 nein. Der Aris kommt zur Schande. Ja! Genau, deswegen. Bobby wächst! Bobby! Bobby, jetzt gehst du nicht aus! Im controlled! Ich werde schon wieder von meinem Supporter verkauft. Man kennt ihn. Hehehehe. Wir müssen ja nicht weg. Taris kommt ja nur. Ich habe ein Blating gekriegt, okay? Das ist sicher mehr Profis für uns als von Taris. Ach, die Botweng. Sowas raus. Oh mein Gott, Bobby! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ohne Ulti! Wir haben so lost, Bobby. Was machen wir überhaupt noch? Einmal mit Profis arbeiten. Bobby, es ist lost. Lost als lost. Das ist Kentucky Lost. Das ist Kentucky Fried Lost, Alter. Das ist... Ich mein, ich weiß heute nicht, was ich tun soll. Der Flash fällt einfach in den Tower. Langsam glaube ich dir, Diana, so. Oh, das ist Kentucky Fried Spicy Chicken McNugget Roast Beef. Äh, and over. Kannst du bitte nicht aus dem Tower gehen? Hehehe, ich will auch einen Farmer. Ich will einen Lucian. Wer ist denn dich, du Spinner? Ich war auch jetzt erworben, wir waren gegen Illusion. Okay, wir müssen dann den Vater reporten, schön. Hehehe. Ich hab ihn wohl verloren. Er macht Blumen. Ey, das Worn wir mal gewonnen, wenn ich nicht immer mal Q missen würde. Nein, Alex, du hättest das Worn wir nie im Leben gewonnen, das war Gnupenreiner eben. Ey, er hat jetzt einen Shutdown. Das wir nie wieder kriegen, weil er viel zu fett ist. Das ist ein Mysterium, das noch nie aufgegangen ist in der Geschichte von LOL. Außer man gibt auf, Minute 15, dann nicht. Man muss da drüber, man muss über den Berg drüber klampen. Den Berg, den du absichtlich aufschüttest? Ja, geil. Ja, dann schäpfen wir noch. Bobby, wir gewinnen das, das Mindset, das Mindset. Das Mindset, dass mein fucking Supporter intet. Das ist Mindset hier. Ey, okay, ich kaufe einen guten Account, wenn's das schön schief geht, okay? Und schreib einen Titel, bin gut geworden. Das mach ich leider nicht. Harbi, Broke. Na doch, das ist jetzt geklärt. Und dann bist du Gold, dann muss ich kein LOL mehr spielen. Bobby, ich hab ihn getroffen! Und bin wahrscheinlich fast trotzdem dead, aber ich hab Refillable Potion. Holy shit, meine Autotext. Meine Autotext lappen hier. Alter Bobby, das ist gut, haben wir gleich. Den Berg haben wir gleich. Ich hab auch dieses Spiel gesehen und hab mir schon gedacht, Frutus. Und wenn der Sitter dann ist das egal. Ich hab ihn gar nicht. Ich hab keinen Traum in der Tinkern. Ja, ich mein, wenn du sagst, dann machen wir, wir gehen jetzt rein. Dann geh wenigstens, dann mach wenigstens auch irgendwas, so. Du kannst nicht sagen, wir gewinnen das. Geh da jetzt rein, driften Hurricane und lass mich sterben, so. Ja, danke. Literally, die haben mich exhausten müssen, damit er nicht stirbt. Hey Bobby, ich hätte ja was gemacht, aber die Wave hat mir aufgehalten. Ja, natürlich. Die Wave, die dich ja richtig beeinflusst, Alex. Ja, die Wave von der Nami. Wow, es geht jetzt nicht einmal mit meiner Ulti aus, das überlebt. Hey, das ist das Game. Den Ulti wir literally in. Ich hätte gerne das Game gesungen, aber irgendwie kann ich es gar nicht. Sehr gut. Ähm, WTF, Mann, WTF, WTF, Kayn. Ich finde es gut, dass Kayn geflamed wird. Bo- No, there's nothing going on, Boatland, by the way. Ich finde das Kayn-Syndrom. A classic. Alter, also wieder für das Syndrom. Ich meine natürlich, äh, ich hab keins. Ich bin... Lupen rein, ich hab keinen Therapeuten, okay? Das Kayn-Syndrom? Er kennt seinen Bruder oder was? Weil, weil, ich hab das... Ich hab das Spiel durchgeschaut. Wenn man jetzt... zum Therapeuten geht, dann hat man keine Therapie. Und wenn man keine Therapie hat, dann ist man gesund. Hä, das war mein... Das war mein Konzept. Äh, egal. Bo-Wi, eh mag's! Oh mein Gott, wie viele Jumps hat er an, oder? Das war's dann. Und dann hat er so einen super... Ja, aber der resettet... Der resettet irgendwie so einen doppelten Out-Attacks. So, hast du, das ist so geil für uns? Am Spiel ist... Ja, weil das nicht Shield... Weil das Shield-Boat das andere Item ist. Ja, das soll ich jetzt auch sagen. Bo-Wi, wie machen wir das da und da? Ja... Hey, es kommt in die Ahnung. Keine Ahnung. Hängt ein bisschen davon ab, ob du... Da oben geht's ab. Hängt ein bisschen davon ab, ob du CC triffst oder nicht, muss man jetzt dazu sagen. Den letzten Troften bringst du um. Äh, ich... Du hast den letzten nicht Troften. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh wo. Hoppiii! Oh, die ganze Gänge zu. Cool Story, Bro. Ja. Ey, warum gehe ich überhaupt einen Millimeter unterm Tower raus? Ja, ein paar Tower ist da, aber was willst du dagegen machen? Den Halten? Gegen drei? Wenn du mich zu zweit schon liven? Ja, I don't think so. Oh, ich sag mal ein paar motivierende Worte. Nur für mich. Danke für deine Nett. Here we go! Jetzt hat er 450 Gold. Jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch einmal. Der Berg wird immer größer. Oh mein Gott! Ich hab dich schon mal auf 400 geshattern, du Spaßvogel. Ey, es dauert nur noch 1. 94. Bist du jetzt fett? Bist du jetzt fett? Bist du sag's? Rise wie ein Phoenix, Bobby. Bist du wahrscheinlich ein bisschen fett. Aber ich weiß nicht, ob ihr damit was machen könnt. Ich bin eh nix mehr wert, ob Steam-Kills ist mir nix mehr wert. Was, dann habe ich auch ein Problem wenig in dem Game, jetzt darf ich die haben so oft cool. Nein. Ich finde das gut, dass sie so mad auf den Junglers sind, dass sie... dass sie uns ignorieren. Braindiff. Oh, fuck yeah. Ich meine Fruit Loops. Ich finde das literally delicious, dass alle ignorieren, wie hart wir geintet haben. Hey, Bob, ich will überhaupt nicht hin. Ich habe keinen Mental Breakdown, glaube ich. Wie ein Noob. Hey, die dürfen den Orchard nicht abholen. Obwohl im Orchard auch nicht. Ich habe noch nicht meine Boots und kein Müffig. Minute 15. Jetzt dürfen wir nicht aufgeben. Jetzt ist der Berg zwar schon ein bisschen abgeschöpft. Wir müssen nur noch Darius und Sylas abschöpfen. Bob, ich bin schon wieder rippt. Okay. Let's wait. We're going so bad. Oh my god. Mana schon. I'm fucking dead. Bobby amongst. Pick me up. I'm scared. Bobby. I'm scared. I'm scared. Ganz ehrliche Frage, Alice. Warum? Ja, Waden. Was ist denn das gehört zu deinem Beruf? Ein Sportler. Der Warden ist ja fein, aber nie in dem Moment. Es ist immer ein schlechter Moment, wenn es nicht klappt, wenn es nicht klappt hat beim Warden. Hä? Der Lucius ist doch literally einfach nur insane. Muss man jetzt dazu sagen. Hä? 60 Minuten darf er nicht aufgeben. Jetzt muss man den Berg durchhalten. Nein. Never fucking surrender. Fruit Loop, Bobo. Nehmen wir auch Fruit Loop Surrender. What the Fruits heißt. Das wollte ich. Ja, dann einfach. Das Problem ist halt. Guck mal, ist halt so fucking unmobil. Ich kann nichts gegen Lucien tun. Fruit Loop immer noch brühe. Was war ich da? Warum? Ey. Nein, mein Nimi, du bist. Ne, Alex. Ganz ehrlich. Da hast du dich gerade nur selbst geentert. Warum? Warum? Stirbt der da nicht? Oh mein Gott. Er rennt rein. Kriegt das Schild nicht mehr drauf. Schieß den Hurrikan in die falsche Richtung. Und erklärt sein Team hinter dir. So geil. Ja, weil er stirbt. Ich kann nichts dafür, dass er stirbt. Das ist... Cain. Der darf eigentlich nicht sterben. Da steht den Norman dabei. Wieso stehen denn in unserem Jungle schon wieder alle Gegner? Was? Ah! Ah! Da ist Fiend. Ah! Ah! Oh ja! Oh fuck! Oh, I know! I have resetted! I did something! Ich renne quasi durch unsere Base. Komm mir auf einmal Ari und Nami entgegen. It's not much, but it's honest work, Alter. Ey, der trifft sogar. Hell ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt verstehe, warum der gestorben ist. Der Cain. Der hat auch einen Schuss aufgeregt vom Lucien. Oh mein Gott! Ja, das ist alles. Nur etwas ist mir. Oh mein Gott! Ja, ich bin ein Problem. Ja, ich bin ein Problem. Die. Ich muss weg, ich bin von Ari gecombot worden, ich weiß auch nicht was mit Ari los ist, wenn es der Gregor wäre, wäre ich da, aber Amateur Aris können es halt nicht. Der war zwanzigste Minute lang, so dass er sein Müffek fertig gebaut hat. Oha, oha, I did it. Oh mein Gott, ich flasche irgendwo hin. Was mache ich, Alter? Alter, das ist reiner Int, äh, ich meine, ähm, Int possible. Alex, soll ich die Stories erzählen? Wenn Minute zwanzig noch nicht mal angefangen hat, sein Müffek-Item zu bauen. Hehehe, das ist, ähm, Bruchfinanz. Ach, fuck you, Diana, warum? Wofür war das jetzt notwendig? Ich wollte eigentlich Shieldbow bauen, aber irgendwie krieg ich das Gefühl, dass ich lieber Crackens... Nee, fuck das, ich baue Shieldbow in Duranduins. Sorry, 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 ihr hirschen auf. Ich sag dir, Alex, Duranduins auf Cog'Maw, that's the way. Ich weiß nicht, ich verstehe es auch nicht, aber apparently that's the way. Pfff. Gettigott, Lusioned. Hey, Alter, das ist alles nicht mehr als der, aber ich mach jetzt alles mehr Action. Pobby, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Fun Fact, bei Nauer Delusion 16 Kills, ich bin immer für den Großsteller davon verantwortlich. Hehehe, ich hab 10 Dice, okay, das war aber alles professionell. Das ist jetzt nicht mehr der Lusion, den ich geentert hab, das ist der Lusion, den das Team geentert hat. Warte, warte, ich hab eigentlich 0, wenn man ganz genau hinschaut. 2 0 5. Ja, ziemlich gut eigentlich. Oh, I did it. Er hat den Teamte-ed. I did it too, I didn't die. So I did it, right? ich kann ja schon richtig schnell kill aber nur dass sie sieht ist weil uns geht er mich schneller er gilt den 0,6 sekunden das sind 260 millisekunden 260 millisekunden einmal nachgoogelt wie lange ein bimpernschlag quasi braucht deutlich mehr es ist richtig robert sperren kann er wieder zu ok brechst wieder aus also ich höre jetzt niemanden warte ein second are you telling me wenn navi im pier in männer baut und luci mich mit ww trifft während er die e drauf hat was das progt ich bin so sehr auf spiel fokussieren müssen dass ich das mathematisch nicht verstanden warum flammt uns eigentlich keiner, das ist etwas fishy ich glaube schon, dass es verflammt, ich glaube wir hören uns hin ich mache die Q ja, ich habe es nicht erwischt you know that's kind of a problem nothing is a problem ok, das ist ein problem warum ist er von der Q nicht hochgeflogen? ist er zu weit dahinter gestanden? oder ist sein Jump oder was das war? how the fuck hast du dein Tarnado gefailt? das ist die Frage was ich dir eigentlich beantworten kann ja, das ist die Frage kann ich auch jumpen mit seinen Chains wie Texas Chains, keine Ahnung, Alter das war kind of a problem, you know? ich weißte no CC is no LP fun fact bei now bin ich am wenigsten bei now bin ich am wenigsten intern im kompletten Team magic ich tue mal bei unseren turret shielden das ist honest work aber schon wow wir haben schon gespeiliert sich das utbild so gut Landing in dem Rubio wird ich gesehen habe ich pense Future Hey, run away. Oh boi, Garen, go! 4 in love. Das war schon fast der Match. Oh mein Gott. Warum ist der Garen gestorben? Weil er einfach nur auf Trigger ist. Alter, wie geil ist bitte der Kogmaskin, wenn er weh drückt. Oh mein Gott, Lucian! Warum probier's überhaupt von Lucian wegkommen? Wieso probier's überhaupt? Wieso? Was mache ich da überhaupt? Ja? Ja? Ja, kann ich dann gleich machen. Gerade baue ich noch kurz. I like it. Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Was ist das Sinn, dass ich jetzt dann weg bin? Double kill. Alter, du bist ja wieder auf 0 NP unten, weil du verdreißig pro Lose. Bobby, mach jetzt ein Game ohne dir und dann hole ich das wieder auf, oder? Ja, bitte. Am besten gehe ich 10 und bist dann einfach Gold, wenn ich zurückkomme. Dann bin ich eine fröhliche Zeitmaschine, ey. Ja. Ich bin dann gleich back zu du... ...afgayungble. Ey, wieso? Wieso stehen wir heute so... Ich find das... Ich find das so funny, wir haben halt so hart geintet botlen, aber das ist halt keinem aufgefallen. Nein. Das Beste ist halt 4k gewohlt. Ich bin einfach... ...rich. Kann man nur einmal kaufen. Ich kann mir übrigens literally vorstellen, dass der Lucian's Morph, aber holy shit. Holy food loops. Ich geb jetzt immer einen Gern an Honor, weil... Wait a... Wait a second. Was heißt, ich kann mir das gut vorstellen? Lol, der war Level 31, okay, der saves Morph. Weil so spielt kein Level 31 Allusion. Der das Spiel no... No way. Ich bin es. Hilfe. Maaai. Ich bin es. Ich bin es. Oh, das ist perfekt. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Das ist. Vielen Dank.